Deutsch lernen durch Hören Fremdgehen Mein Freund ist fremdgegangen. Hast du diesen Satz schon einmal gehört? In Deutschland wird er oft verwendet, wenn jemand seinen Partner betrügt. Er geht auf ein Date mit einer anderen Person, obwohl er einen Freund oder eine Freundin hat. Hier ist ein einfaches Beispiel. Marie hat einen festen Freund. Er heißt Boris. Eigentlich sind die beiden sehr glücklich. Am Freitag wollte sich Marie mit ihm treffen. Doch Boris kann nicht. Er sagt ihr, dass er sich mit seinen Freundinnen zum Fußballspielen verabredet hat. Marie geht deswegen allein in den Park. Dort sieht sie, dass sich Boris heimlich mit einer anderen Frau trifft. Er hat sie angelogen. Marie beendet die Beziehung. Ein paar Wochen später trifft sie ihre Freundin Lisa. Ich habe gehört, dass du dich von Boris getrennt hast. Ist das wahr? fragt Lisa. Marie nickt. Ja, ich habe ihn im Park gesehen. Er hat eine andere Frau geküsst. Er ist fremdgegangen. Deutsch lernen durch Hören Deutsch lernen durch Hören Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017